Machen Sie Ihre Solaranlage effizienter und sicherer. Egal ob große oder kleine Anlage, so wie Herr Wolf und Herr Schulz. Einmal im Jahr lassen beide Ihre Anlagen von uns kontrollieren. Ganz einfach, aus der Luft mit einer Drohne. Sieht alles in Ordnung aus, oder? Falsch! Über 80 Prozent aller Anlagen haben Defekte. Erst die Wärmebildkamera zeigt die Schwachstellen, zum Beispiel ausgefallene Module und kaputte Substrings. Hier verlieren Sie Geld, denn die Anlage bringt nicht die volle Leistung. Oder Hotspots, heiße Stellen, die zur Brandgefahr werden können. Unser deutschlandweites Netzwerk von erfahrenen Drohnenpiloten macht eine schnelle und professionelle Inspektion möglich. Wir fassen die Ergebnisse transparent für Sie zusammen. Sie sehen genau, funktioniert alles ordnungsgemäß? Muss etwas repariert werden? Die Anlage von Herrn Wolf bringt dank UCARE knapp 2.500 Euro mehr pro Jahr. Eine Inspektion lohnt sich immer. Und auch bei Herrn Schulz 750 Euro Mehrertrag im Jahr. Lassen auch Sie Ihre Anlage regelmäßig überprüfen. Mehr Ertrag, mehr Sicherheit, minimaler Aufwand. Jetzt buchen! Auf www.ucare.de